Gesundheit ist die Basis von allem. Gesundheit führt zu verbesserter Leistungsfähigkeit und damit zu Erfolg. Und genau hier ist mein Ansatzpunkt. Als Coach, Buchautor und Vortragsredner propagiert Andreas Butz einen aktiven und gesunden Lebensstil. Mit dem man die Verantwortung für seine Leistungsfähigkeit und seine Gesundheit bewusst selber übernimmt. Dass dies genau den Mitarbeiter beschreibt, den sich jedes Unternehmen wünscht, weiß Andreas Butz aus eigener Erfahrung. Ich bin Kaufmann. Ich war Vorstand eines börsennotierten Unternehmens und habe am eigenen Leibe erfahren, was Druck heißt, was Stress bedeutet, wie es ist, wenn man mehrere hundert Mitarbeiter auf der Payroll stehen hat. Ich weiß aber auch, wie wichtig es ist, körperlich leistungsfähig zu sein, um im Job Top-Leistungen abrufen zu können. Und diese Erfahrung, die des Top-Managers, des Leistungssportlers und des Trainers vieler Führungskräfte, gibt er heute an seine Kunden weiter. Hätte ich das gewusst, wie einfach das ist, dann hätte ich schon viel früher dieses gemacht oder jenes gelassen. Das höre ich sehr oft nach meinen Vorträgen. Und dann sage ich, prima, das schafft jeder hier. Sie machen mir gerade Mut, es endlich anzupacken. Man hat Lust, wirklich loszulegen. Die Mitarbeiter nehmen meine Vorträge sehr dankbar an und rechnen das auch ihren Unternehmen sehr hoch an. Es war ein toller Vortrag. Also was mir gefallen hat, war, es war sehr praktisch, die Tipps. Im Gegensatz zu fachlichen Weiterbildungen oder Vertriebsschulungen, wo der unternehmerische Nutzen im Vordergrund steht, profitiert hier jeder Einzelne ganz persönlich. Ich habe auch einen Nachbar, der mich auch richtig antreibt und der wird sich freuen morgen, wenn ich an den Start mit ihm gehe. In seinen Vorträgen lieferte der Gesundheitsexperte die entscheidenden Tipps für richtige Bewegung und richtiges Essen. Entgegen aller gängigen Werbebotschaften. Sportschau, Pause und ein kleiner Junge hält den Ball hoch und der älteste Fitnessdrink der Welt, genial. Milch ist Babynahrung. Die Äten sind Mist. Die Äten haben etwas mit Verzicht zu tun und können niemals vollwertig sein. Auf Deutsch, wer hier Mist reinschiebt, sieht auch so aus. Ich vermittle den Weg zu einer genussvollen Küche, die alle Nähr- und Vitalstoffe liefert, die der Mensch braucht. Und wer hier Qualität verzehrt, der sieht auch ordentlich aus. Wenn ich über Ernährung rede, dann weiß jeder, was er am nächsten Tag besser machen kann. Gleiches gilt auch für die Tipps zur Bewegung. Wer nicht läuft, lebt im Sinne der Evolution unnatürlich. Vorträge von mir haben einen äußerst hohen Return of Investment. Läufer verdienen mehr. Dass man mehr Geld verdient, wenn man mehr joggt. Wer mehr läuft, verdient noch mehr. Ich bin absolut mehr motiviert jetzt. Wenn durch meine Impulse die Krankheitstage nur um 10% reduziert werden können, hat sich ein Vortrag bereits zigfach gerechnet. Engagieren Sie Andreas Butz für Ihr Unternehmen. Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Basis allen Erfolgs. Und das ist ein Vortrag. Und das ist ein Vortrag. Und das ist ein Vortrag. Vielen Dank.